So, da bin ich mal wieder zurück und wie ihr schon seht, ich habe was bekommen, nur dafür, dass ich mich eingeloggt habe. Aber ich denke mal, das wird ganz einfach nur neue Stile sein, die jetzt demnächst ins Spiel reinkommen. Nur den Bushanger habe ich halt schon. Dann, wovon ist der denn? Welchem Skin ist der denn? Mistania? Das meinte ich. Ich habe letztens noch im Stream gesagt, ich weiß gar nicht, was für Skins ich habe. Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, von welchem Skin das eine Variante sein könnte. Dann natürlich, klar, das hier ist vom Bushanger. Das gehört auch zum Bushanger. Und die habe ich... Oh, die sind geiles. Oh, ah. Die haben was. Ja, jedenfalls, die sind halt jetzt gerade kostenlos für mich durch das Update reingekommen. Also, wenn ihr den Skin habt, werdet ihr das wahrscheinlich auch bekommen. Denkt dran, loggt euch auch ein, auch wenn ihr kein Fortnite gerade am Spielen seid. Nicht, dass die irgendwie verschwunden sind. Und ich denke mal, dass die zwei Stil-Varianten definitiv jetzt auch in den Shop zunächst kommen werden. Ist einfach nur ein kurzes Info-Video. Ich wollte mich halt gerade einloggen. Ihr seht es ja. Dann bekommt man die Sachen ja immer direkt. Ich hoffe, der ein oder andere von euch hat es auch bekommen. Und in dem Sinne setze ich mich jetzt erstmal an die Aufgaben für euch. Weil, wie gesagt, ich kam gerade erst von der Arbeit. Ihr wisst ja, ich habe es nicht so gut. Bin nicht um Punkt 10 Uhr da. Kann die Aufgaben für euch machen. Da ist einfach zu wenig draus. So, in dem Sinne euch noch viel Spaß beim Leveln. Ich beeile mich jetzt mit den Aufgaben. Und in dem Sinne, haut rein.